Meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zur heutigen Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder, ich glaube, mal so ein ganz interessantes Thema. Heute bei mir im Studio Erik Hürtnagel und Vera Brandner. Und das Thema der heutigen Sendung, oder halt der Titel der heutigen Sendung, Blickwechsel. Ganz ein spannendes Thema. Schauen wir nachher, was das genau bedeutet. Meine Damen und Herren, dass Sie sich wieder ein bisschen ein Bild machen können von den Studiogästen, wieder wie sie es gewohnt sind, der existenzielle Steckbrief. Vera, was fällt dir denn zu geboren ein? Geboren? Ja, geboren bin ich in einer Familie mit vier Kindern. Bin die Jüngste und habe einen größeren Bruder und zwar größere Schwestern. Ich bin in Kärnten aufgewachsen und war im Oberndrautal in einer kleinen Gemeinde in Sachsenburg. Und da habe ich das erste Drittel von meinem Leben einmal auf jeden Fall verbracht und dann auch noch ein bisschen mehr. Und du, Erik? Ja, ich bin in Innsbruck geboren und dort dann auch aufgewachsen. Okay. Ja, das wäre eh schon gleich die nächste Frage. Alles, was dir einfällt, so aufgewachsen oder wäre da noch was wichtig? Na ja, also wie gesagt, ich bin in der Stadt aufgewachsen und habe an und für sich sehr schöne Kinder, an die ich mich immer sehr gerne erinnere. Ich habe sehr, sehr viel und sehr gerne vor allem gespielt, sehr lange gespielt. Und dann natürlich in die Schule, durch die ich mich dann durchgequält habe und dann irgendwann einmal in die HTL gekommen bin, wo ich dann sozusagen mehr oder weniger schmerzhaft entdecken habe müssen, dass Technik jetzt nicht so ganz meines ist. Okay. Und das war so meine Kindheit grob. Okay, also Schule, Spielen und Technik nicht so ganz deines. Naja, ich habe dann später Informatik studiert, das heißt sogar. Okay, spannend. Wie passt das zusammen? In der Schule Technik nicht deines und dann Informatik? Ich habe theoretische Informatik studiert, also künstliche Intelligenz und solche Sachen. Okay, da geht es nicht direkt um die technische Umsetzung. Naja, jetzt nicht um das Löten und das mit Schrauben und so weiter, sondern da ist halt das Programmieren und eher das, quasi das Technische ist da eher was, was macht sich nicht die Hände schmutzig oder so. Okay, okay, ja. Vera, und bei dir, was fällt dir ein zu aufgewachsen? Du hast zwar zuerst eh schon einiges an Informationen einfach gesagt. Ja, aufgewachsen bin ich mit vielen Bildern und mit viel Musik eigentlich. Also ich habe viel gesungen immer in verschiedenen, also in verschiedenen Formationen allein, aber auch in Chören. Und ja, Musik war ganz wichtig eigentlich in meiner Familie. Aber noch wichtiger waren Bilder. Also ich bin von klein an eigentlich immer ganz gern mitgegangen in Museen, in Ausstellungen. Das hat viel mit meinem Papa zu tun, weil der war damals Restaurator und Maler, hat so einen kleinen Malereibetrieb gehabt und hat halt viel Kirchen restauriert und Sachen gemacht. Und da waren halt dann manchmal Fresken versteckt irgendwo drunter drin oder irgendwelches Graffiti und also so alte Bilder haben mich dann immer schon fasziniert. Und ja, und dann hat mir meine Tante eigentlich recht früh eine Kamera geschenkt, ein Fotoapparat. Ich glaube, da war ich so achte oder neine. Und ja, und ab da, ah ja, Polaroid habe ich dann auch mal zu Weihnachten, kriege ich eine blaue Polaroid-Kamera. Eine blaue Polaroid. Ja, und ab dem Zeitpunkt waren eigentlich Fotos so ganz, ganz wichtig. Also alle Formen von Bildern, aber auch Fotos sind dann das Machen, also das Fotografieren, das selber fotografieren und herumprobieren und ausprobieren und Experimente machen, das hat mir dann recht viel Freude gemacht. Und am liebsten habe ich mir Menschen fotografiert. Ja, und das fällt mir so zum Aufwachsen ein, also Bilder und Musik. Bilder und Musik, ja. Ja, Erik, bei dir hat es Bilder auch gegeben in der Kindheit oder waren Bilder dann noch gar nicht so? Na, interessanterweise, als Jugendlicher habe ich da auch irgendwann mal eine Kamera geschenkt bekommen und ich war dann sehr, sehr, sehr fanatisch. Das war halt eine kleine Kompaktkamera, aber mit der habe ich sehr viel fotografiert. Das ist dann eigentlich später dann sehr zurückgegangen und ich bin dann eigentlich erst wieder über die künstliche Intelligenz zum Fotografieren und zu Bildern gekommen, weil mich ja sehr quasi interessiert haben, wie Menschen wahrnehmen, wie Maschinen wahrnehmen und vor allem, wo denn da der Unterschied liegt. Und das ist eigentlich das, was mich dann immer sehr fasziniert hat, wie die Wahrnehmung funktioniert und das hat mich dann erst wieder zu Bildern oder vielmehr eigentlich noch, wie wir Bilder lesen oder wie wir Bilder sehen. Das war eigentlich so, das, was sie dann spannend gefunden haben oder welche Vorurteile stecken in Bilder und, ähm, aber, ja, also das ist da, wo ich da bin, dann erst wieder zur Fotografie dazugekommen. Das habe ich eine Zeit lang dann überhaupt nicht betrieben und... Ein spannender Zugang, ja, so über die Technikseite. Aber da fällt mir noch was ein, Erik. Du hast doch immer Graffitis gesprüht, oder? Als Jugendlicher. Das sind ja auch Bilder. Ah ja, das stimmt, ja. Ah, okay, okay. Aha. So ein expressiver Ausdruck. Ja, aber in dem Fall habe ich meistens Buchstaben gemalt. Aber auch Bilder, ja, stimmt. Okay. Was waren dann wichtige Schritte, Vera? Also, von der Kindheit bis heute, bis da, wo du jetzt da sitzt, was wäre da wesentlich? Mich hat es recht schnell in die Ferne gezogen und mich hat da immer das Fremde recht interessiert. Und, ähm, so die ersten Schritte von der Kindheit, glaube ich, ins Erwachsenwerden habe ich dann auf Reisen verbracht. Und vor kurzem habe ich erst gemerkt, dass ich dieses... Nein, vor kurzem, also vor ein paar Jahren ist mir dann aufgefallen, naja, interessant, dieses Fremde habe ich dauernd an anderen Orten gesucht und habe übersehen, dass das Fremde ja auch so nahe vor meiner Haustür war. Oder eigentlich auch im Haus, also das eigene auch ganz viel Fremdes hat. Und da ist mir jetzt im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen eine Situation eingefallen, wie wir uns eigentlich immer gern mit Menschen umgeben haben, also von meiner Familie aus und, ähm, in unserem Umfeld. Und dreihäuser weiter war in den 90er-Jahren in Sachsenburg ein Haus, wo zuerst, ähm, türkische Familien untergekommen sind und dann im Jugoslawienkrieg Menschen aus Ex-Jugoslawien und dann im Laufe der Zeit auch Männer aus Afrika. Ich glaube, die waren aus Ghana hauptsächlich. Und das weiß ich eben nicht einmal genau, weil das Spannende ist, was mir aufgefallen ist, ich habe das Fremde an anderen Orten gesucht und wir waren nicht mit den Leuten in dem Nachbarhaus in Kontakt. Und das ist mir jetzt mal so als, als spannende Verbindung von meiner Jugend und meinem Leben heute so gekommen, dass, ja, dass die, ja, die Auseinandersetzung mit Menschen und Begegnungen und Interaktionen, ähm, für mich wichtig sind, egal wo. Und damals habe ich das noch nicht so gesehen, dass eigentlich die Leute im Nachbarhaus, ähm, ja, direkt da sind und, ähm, ganz viel auch an unterschiedlichen Ideen und, und Lebens, ähm, Formen mitgebracht haben und wir haben uns überhaupt nicht mit denen auseinandergesetzt. Und das finde ich eigentlich schade jetzt im Nachhinein. Geht's da ums Lernen oder um, um was geht's da? Da geht's mir um die Begegnung. Die Begegnung. Also die ich heute auch mache, inzwischen in verschiedenen Arbeitsfeldern, wo ich mit Leuten aus verschiedenen Weltregionen, aber auch aus verschiedensten, ähm, inhaltlichen Zusammenhängen kennenlernen darf. Und damals war das eigentlich so neu von meiner Haustür und ich hab's nicht bemerkt, dass das eigentlich schön gewesen wäre. Und wichtig, wahrscheinlich. Erik, was waren bei dir so wichtige Stationen von Kindheit bis heute? Naja, ähm, also ich bin dann auch eben nach Wien gegangen, um zu studieren, eben Informatik. Das war für mich eigentlich schon sehr einschneidend einprägend. und, ähm, ja, vielleicht davor noch, ähm, ich hab dann auch den Zivildienst gemacht, der auch sehr, eigentlich sehr spannend war für mich, weil man da das erste Mal, ja, in diese Situation kommt, dass man, als Jugendlicher macht man sich nicht so viel Gedanken und auf einmal ist man mit, ähm, verletzten, kranken, also ich war im Krankenhaus, hab ich gearbeitet, und wird dann eben auch mit so viel Leid konfrontiert, das war, ja, ich mein, eigentlich für mich damals schlimm, im Nachhinein gesehen sehr spannend und sehr interessant. Hätte ich damals sicher so nicht beschrieben. Dann war ich eben in Wien und dort hab ich dann irgendwie auch gelernt, oder, ich mein, ich hab immer sehr viel gereist, sehr viel, also ich bin einfach sehr neugierig und lerne einfach, also mich interessieren diese neuen Situationen, die man da kommt beim Reisen. Und das finde ich etwas, was sehr spannend ist. Und ich bin dann aber erst sehr spät wirklich einmal eine Reise außerhalb von Europa gemacht, also ich hab bis, immer, eigentlich bis nach dem Studium war ich eigentlich meistens in Europa, wenn ich Reisen gemacht hab, und dann erst außerhalb. Und da war mir gleich klar, so rumreisen, das interessiert mich, ich möchte eigentlich irgendwas tun, ich möchte mit Leuten vor Ort so irgendwas zu tun haben, mit denen einfach gemeinsam dann einfach das Lernen, Kennenlernen. Und war dann eben in verschiedenen Projekten tätig und irgendwann einmal hab ich dann mit der Vera eben zusammen den Freien Ipsum quasi gegründet. Und mit dem haben wir dann eben auch einige Projekte, in dem Fall auch Reisen, dann im Ausland und dann später eigentlich auch Reisen im Inland gemacht. Also genau, was die Vera gesagt hat, sozusagen, wo wir dann draufgekommen sind, naja, eigentlich, man muss ja gar nicht so weit fahren. Das ist ja ganz spannend, die Reisen, die man eigentlich direkt vor der Tür machen kann. Also diese Situationen, die es da gibt. Bevor wir dann näher eingehen, so auf das Thema Blickwinkel oder eben auch noch vielleicht auf diesen Verein und auf andere Themen. Als letzte Frage bei einem existenziellen Stichbrief habe ich immer, was macht es denn gerne? Ist so das, was du gesagt hast, Vera, so mit Leuten in Verbindung, Begegnungen oder gehört da noch was anderes dazu? Was würdest du denn da sagen, was machst du gerne? Eine Seite von mir, ich mache gerne Bilder, ich schaue mir gerne Bilder an und ich rede gerne über Bilder. Und da drinnen steckt das eigentlich. Also mit Bildern kann ich auch ganz gut in Begegnungen eintauchen und mit Menschen interagieren. Das mache ich sehr gern. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr gern allein. Das mache ich auch gern. Dann bin ich zum Beispiel gern am Berg oder so. Oder im Wald. Oder am Meer. Also in der Natur. Und ja, und dann ist noch eine Seite, ja, ich höre gern Musik und ich bewundere Menschen, die Musik machen. Das ist auch eine Form von Begegnung, wo ich aber einfach still bewundere. Da muss ich dann gar nicht so drüber reden. Okay. Erik und du? Ja, nein, ich verbinde natürlich einiges mit der Vera. Das heißt, was mich interessiert, sind jetzt auch ein bisschen das Bildermachen. Interessanterweise ist das jetzt einerseits dieses über Bilder reden, was ich sehr spannend finde, oder auch einfach nur zuzuhören, wie andere über Bilder reden. Also sozusagen dieses, welche Geschichten stecken denn in Bilder drinnen? Oder in welche, also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt ein Bild anschaue, oder zum Beispiel du ein Bild anschaust, dann verbinden wir ganz andere Geschichten und ganz andere Ideen, die in dem Bild drinnen stecken. Und das finde ich irrsinnig spannend. Das ist also etwas, was mich irrsinnig fasziniert irgendwie. Und generell würde ich sagen, dass Geschichten an sich etwas ist, was ich super spannend finde. Und, also auch wenn ich jetzt mit Freunden sitze oder so, das mache ich einfach sehr gerne. Also, da sind Geschichten eigentlich immer relativ ein zentrales Thema. Und deswegen reise ich auch sehr gerne, oder ich mache gerne in Situationen, wo man eben neue Geschichten entdeckt, dass ich es halt immer etwas sehr spannend finde. Ja, ich glaube, an der Stelle passt jetzt ganz gut eine Musik, bevor wir näher jetzt auf das ganze Thema eingehen. Vera, was haben wir denn am Anfang für eine Musik gespielt, das habe ich noch unterschlagen. Ja, am Anfang haben wir ein Wiener Lied gespielt, und zwar deshalb, weil wir, der Erik und ich gerade von Wien nach Innsbruck gezogen sind, also ein Abschiedslied von Wien, das ist »Wern, du bist ein Taschenfeitel«. Okay. Und, ja, das ist eigentlich ganz gut das, was Wien ist und was Wien so schön macht. Okay, also das macht es für dich aus, oder? Wern ist für dich ein Taschenfeitel. Ja, bei den Wiener Liedern ist das ja immer so ein bisschen zwiespältig ausgedrückt, aber Wien ist einfach vielseitig und die Wiener Lieder sind einfach so eine Liebes- und Hasserklärung in einem quasi. Und Erik, jetzt an der Stelle, was würde da passen? Naja, von Orchestrada, das ist eine portugiesische Band. Jetzt ist mal portugiesisch nicht so gut, aber der Titel auf Deutsch übersetzt, heißt, wir werden uns hoffentlich wiedersehen. Meine Damen und Herren, Sie hören »Der existierende Mensch«, die monatliche Radiosendung auf Freirat 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck, sowie auf anderen Frequenzen. Wenn Sie mehr Informationen zu der Sendung oder zu vergangenen oder zu zukünftigen Sendungen einfach sich einholen wollen, dann gehen Sie bitte auf die Seite www.sinn-los.at Da finden Sie dann die ganzen Informationen auch zu der heutigen Sendung. Ja, meine heutigen Studiogäste hier bei mir, Erik Hörtnagel und Vera Brandner. Der Titel der heutigen Sendung »Blickwechsel«. Vera, wieso »Blickwechsel«? Ja, Blickwechsel beschreibt eigentlich ganz gut, was wir seit zwölf Jahren inzwischen mit dem Verein Ipsum machen. Wir haben 2003 begonnen, Projekte zu konzipieren und umzusetzen, wo wir die Fotografie als Medium für Begegnung und Interaktion verwenden. Also das heißt, mit dem Fotografieren nicht nur Bilder machen, sondern mit dem Fotografieren Menschen auch zusammenbringen und dadurch Gespräche initiieren, die nicht stattfinden würden ohne Fotografie. Okay. Was heißt das Wort Ipsum überhaupt? Ja, das hat lange gebraucht, bis wir für unsere Arbeit einen Namen gefunden haben. Also schon noch zwei, drei Jahre, vier Jahre, wo wir schon Projekte durchgeführt haben und immer nicht so klar waren, wie wir das Ganze jetzt nennen. Dann sind wir im Endeffekt wieder mal auf der Uni mit einer Professorin geredet, die Bea Gomez in Wien. Und mit der habe ich dann das Projekt besprochen. Und dann hat sie gesagt, ja warum, schau halt im Stobasser noch. Was heißt denn selbst? Selbst. Und dann haben wir halt, ja, ja, genau, Ipsum. Also Ipse Ipsa Ipsum, wenn man aus Lateinjahren sich das in Erinnerung ruft. Und im Endeffekt geht es bei Ipsum darum, dass Menschen sich selbst ausdrücken und ihre Geschichten selbst erzählen. Und deshalb passt der Titel dann ganz gut. Spannend, spannend, so der Titel, Ipsum. Erik, und ist das auch für die, ist das so das Wesentliche von dem Verein? Ja, also ich meine, der Selbstausdruck steht natürlich sehr im Zentrum. Ich meine, deswegen auch der Name. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, geht uns ja nicht um den, also wie die Vera jetzt schon mehrfach sagt, wir sind in einer Gruppe oder man ist in einer Gruppe, wo man sich sozusagen selbst ausdrückt und das präsentiert und quasi sich dann auch mit anderen austauscht über meinen Selbstausdruck oder auch über deren Selbstausdruck. Und da kommen dann wieder zu Blickwechsel sozusagen oder Perspektiven. Da stecken ganz viele Blicke, Perspektiven, Geschichten und Bilder, alles da drinnen. Und die werden da geschrieben oder geredet oder wie auch immer. Und das ist ein sehr spannender Teil in der Arbeit. Also es geht auch um den Austausch mit den anderen. Und kann ich mir das jetzt ganz praktisch, ganz konkret vorstellen? Wie macht es das? Ja, das hat sich in den letzten zwölf Jahren entwickelt, was wir da machen. Also am Anfang, da war unser Pilotprojekt in Angola 2003. Und da war gerade der Bürgerkrieg zu Ende. Und wir haben da in Europa Geschichten gehört von vielen Vertriebenen im Land, von vielen Kindersoldaten, von Rebellen und so weiter. Und das waren immer so Schreckensgeschichten, wo wir halt in Europa unsere Versionen davon gekriegt haben. Und mir war dann damals zum Beispiel auch nicht ganz klar, wer schreibt denn die Geschichten, die wir da in Europa kriegen? Und wer macht denn vor allem die Bilder, die wir dazu in Europa sehen? Ja, und dann haben wir die Gelegenheit gehabt, dieses Pilotprojekt zu starten. Da waren wir noch gar nicht als Verein konstituiert. Und die Idee war zu schauen, welche Bilder machen denn Menschen, die in einer Krise leben oder in einem Krieg leben selber und was erzählen denn die Bilder? Also das war der Ursprung von unserem Verein Ipsum, war eigentlich die Frage, was passiert, wenn nicht die europäischen oder amerikanischen Journalistinnen irgendwo hinfahren und ihre Bilder mitbringen, sondern was passiert, wenn die Bilder von den Leuten kommen, die einen Alltag in einem Krieg leben. Und was geschieht dann mit diesen Bildern? Es gibt zwei Ebenen in unserer Arbeit. Das ist einmal das eine mit den Leuten vor Ort, also in den Workshop-Gruppen, wo die Menschen, die Teilnehmerinnen selber fotografieren im Alltag, dann bringen sie ihre Fotos mit in die Workshop-Gruppe und in der Gruppe werden die Bilder ausgetauscht und gegenseitig gelesen. Also wären wir drei jetzt eine Workshop-Gruppe, dann hättest du jetzt zum Beispiel auch deine Bilder mitgebracht und der Erik und die würden dir erzählen, was wir in deine Bilder sehen. Und du müsstest einmal zuerst ganz still sein. Was natürlich sehr schwierig ist und sehr anstrengend natürlich, wenn man zuhört, was die da sagen und du weißt ja, was dahinter steht und wir wissen das ja nicht. Ja und das ist eigentlich auch schon so ein Kernpunkt in unserer Arbeit, dieses Miteinander mit Bildern arbeiten und auch vor allem zuhören. Und wenn du mir jetzt dann meine Bilder erzählst, dann habe ich es vielleicht auch ganz schwer, vor meinem Mund zu halten, weil ich habe ja irgendeine Intention mit meinem Foto und du liest vielleicht ganz was anderes aus. Und in solchen Situationen passieren eigentlich ganz starke Momente von Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist sozusagen der Kern von unserer Arbeit bei Ipsum. Also das ist die eine Ebene. Das ist in der Gruppe dieser Austausch von Perspektiven, dieser Blickwechsel, der stattfindet und diese Selbst- und Fremdwahrnehmungsmomente. Ja, was auch wirklich teilweise Themen aufbringen kann, die am Anfang gar nicht so klar waren oder nie so formuliert waren, die dann halt plötzlich in der Diskussion oder im Dialog plötzlich quasi entstehen oder halt, die waren schon immer da, aber angesprochen werden. Das ist dann eben auch ein Teil von diesem Arbeiten in der Gruppe und diesem Perspektivenwechsel. Also man kommt da hin, wo man normalerweise gar nicht hinkommt. Ja, und da dienen im Grunde genommen die Bilder als so eine Art Katalysator, könnte man fast sagen. Also es ist viel einfacher, über ein Bild zu reden, als wenn ich jetzt über meine Probleme, die jetzt einfach, also viel schwieriger über meine Probleme zu reden, als über jetzt, ich bin der Fotograf und jetzt reden wir über ein Bildinhalt. Im Grunde genommen ist es natürlich das Gleiche. Ja, und das, was ich jetzt zuerst noch nicht so ganz mitgekriegt habe, die Instruktion zu dem, der die Bilder macht, ist einfach, macht es Bilder aus eurem Leben oder gibt es da so ganz spezielle Instruktionen? Es gibt Situationen und Gruppenkontexte, da kann man eine thematische Vorgabe geben. Also wenn ich jetzt unsere Arbeit in einem Zusammenhang mache, wo es um Stadtplanung geht und Politikerinnen und Bevölkerung von dem Stadtteil und vielleicht ein bisschen eine Stadtsoziologin mitmacht, dann kann man unsere Methoden auch anwenden und ein Gewissen mit inhaltlichen Rahmen geben, also dass die Leute wissen, okay, es geht jetzt darum, da einen Kinderspülplatz zu bauen. In einem Zusammenhang, wo man aber eigentlich mit möglichst offenem Blick Bilder generieren will und neue Geschichten generieren will, wie das zum Beispiel in Angola der Fall war, da haben wir eben versucht, möglichst wenig thematischen Fokus zu geben, damit die Leute die Gelegenheit haben, selber zu entscheiden, was und wie sie fotografieren und was sie in den Bilddialog, so nennen wir diese Runden, wo man zusammenkommt und über Bilder redet, einbringen. Und so gibt es also kontextabhängige Situationen, wo man schon sagen kann, heute wollen wir gerne wissen von euch, wie seht ihr eure ideale Wohnung, was gehört zu einem idealen Wohngefühl, dann gibt man einen sehr konkreten inhaltlichen Rahmen und auch anders mal jetzt wichtig sein zu sagen, hey, was magst du in deinem Leben? Ein bisschen ähnlich, wie du uns gefragt hast, mit dem existenziellen Steckbrief. Was wird denn an der Stelle gut für Musik passen? Ja, von Gustav restet die Wale. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, heute zum Titel Blickwechsel. Erik Hörtnagel und Vera Brandner hier bei mir zu Gast im Studio. Und was beide vereint, ist so die, ja, wie so, ich würde sagen, Leidenschaft für Bilder und für Bilder machen, Bilder interpretieren, ja, was das einfach auch betrifft. Beide haben den Verein gegründet, Ipsum, was sie da vorgehört haben. Und da sind wir vor der letzten Musik, vor der Rettet die Wale dann stehen geblieben. Und Vera, du hast gesagt, es gibt den einen Blickwinkel, so, was die Leute selber betrifft, oder, so, oder nach innen, ja, wo ihr gesagt habt, so mit dem Bilddialog, oder wie, wie habt ihr es genannt? Genau. Ja. Also im Bilddialog, wo die Leute zusammenkommen, ihre Bilder einbringen, ihre Fotos aus dem Alltag zu einem speziellen Thema oder thematisch offen. Mhm. Und das kann in verschiedensten Gruppen stattfinden. Also in Angola waren es Jugendliche, die zum Großteil im Bürgerkrieg aufgewachsen sind. Und jetzt inzwischen, also zwölf Jahre später, haben wir es in verschiedensten Kontexten angewandt. Wir waren in Pakistan, Israel, Palästina, aber viele Male in Österreich in verschiedenen Gruppen unterwegs. Und das seien dann auch zum Beispiel Gruppen, wo verschiedene Wissenschaftlerinnen zusammenkommen. Weil sie interdisziplinär sind und eigentlich sich gegenseitig gar nicht verstehen, können sie über die Bilder dann miteinander reden. Das wäre so ein ganz anderer Kontext. Also das ist die eine Ebene, von der wir geredet haben, in der Gruppe. Und was wir dann auch noch weiterentwickelt haben, war, dass diese Geschichten und Bilder gar nicht nur in der Gruppe bleiben müssen. Wenn die Teilnehmerinnen an so einem Projekt das auch wollen, dann können sie das auch nach außen tragen. Und das kann dann unterschiedlichste Formen annehmen, von Ausstellungen, Aktionen im öffentlichen Raum, Vorträge, was auch immer den Leuten dann einfällt, was sie dann mit ihren Bildern, die sie in der Gruppe entwickelt haben, machen wollen. Damit gehen sie dann in die Öffentlichkeit. Und dadurch werden oft Themen, die nicht gern öffentlich besprochen werden, auf einer öffentlichen Ebene thematisiert und können unter Umständen aufgegriffen werden von wieder weiteren Leuten. Aber das liegt dann in der Freiheit von denen, oder? Es wird präsentiert und was die dann machen damit, wie es aufgegriffen wird, ist die Freiheit dann von denen oder ist das davor schon Bestandteil des Projektes? Das kommt immer darauf an, wie es angelegt ist. Also in manchen Projekten ist es Bestandteil von unserem Projektplan und in anderen ist es so, dass wir mit einem Bilddialog aufhören und dann die Leute damit machen können, was sie wollen. Das kennen sie grundsätzlich immer, weil die Bilder, die da entstehen in solchen Kontexten, gehören immer den Autorinnen, also den Bildautorinnen weiterhin selbst. Sie können es uns aber zur Verfügung stellen, dass wir das auch weiter bei anderen Workshops wieder einbringen, was sie bereits gemacht haben. In Israel, Palästina war das zum Beispiel so, dass die, also wir haben ein Projekt in Haifa gehabt und eins in Ramallah und da war das so, dass die getrennten Workshop-Gruppen ihre eigenen Formen entwickelt haben, wie sie das in ihrem direkten Umfeld ausstellen. Also da war dann zum Beispiel in Ramallah eine Posteraktion am Hauptplatz, wo, das sind vier Löwen und die Löwen sind dann beklebt worden mit den Fotos von den Leuten. Die Polizei hat das dann gleich wieder einmal weggekramt, aber trotzdem hat es mal irgendwie für ein paar Momente so ähnlich wie ein Flash-Mob bewirkt. Und die Leute in Palästina haben dann gesagt, ja wir wollen gern eine Ausstellung außerhalb von Palästina und manche von der Gruppe haben gesagt, nein, wir brauchen aber keine in Israel, weil das sind unsere Besetzer, denen wollen wir unsere Bilder nicht zeigen. Andere haben wieder gesagt, aber gerade da möchte ich es zeigen, weil da kann ich nicht hin. Also da haben wir halt Bilder reisen können und die Menschen nicht. Und umgekehrt, in Haifa war es dann so, dass die Leute eine Ausstellung konzipiert haben, die aus lauter Postkarten bestanden hat, wo man dann, wenn man zur Ausstellung gekommen ist, auch Postkarten gepflückt hat und dann hat man die weiterschicken können. Und einige in Israel haben dann schon gesagt, naja, sie wollen eine gemeinsame Ausstellung mit den Palästinenserinnen. Andere haben gesagt, nein, ich gebe gar nichts zum herzusagen. Also ich habe teilgenommen am Workshop und ich habe mich ausgetauscht in der Gruppe, weil ich will nicht hinaus, die andere Ebene in die Öffentlichkeit. Ja, und so ist das unterschiedlich. Also je nachdem, wie es Sinn macht. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Ebene. Und das ist die, wo dann die Geschichten, die an einem gewissen Ort, in Haifa oder in Ramallah oder in Kakuaku entstehen, auch weitergetragen werden nach Österreich. Ja, und dort geht es uns halt auch sehr, jetzt kommen wir wieder zu meinen Geschichten, also um diese Geschichten, die in die Bilder drinnen stecken. Und die werden dann halt präsentiert in sehr unterschiedlicher Form. Also teilweise lassen wir uns das auch sehr inspirieren. Also wir haben dann auch mal eine Ausstellung gemacht mit nur Postkarten, weil die Teilnehmer das in Haifa immer so gemacht haben. Aber es sind auch Schulworkshops, die wir dann machen, wo es dann darum geht, wie schaut denn überhaupt das Leben aus in Afghanistan? Also wie würde jetzt ein Afghani, wenn man ihn fragen würde, quasi sich selber beschreiben oder was sind denn wichtige Bilder oder was sind denn interessante Geschichten? Und das greift man dann halt in Schulworkshops zum Beispiel auf. Oder wir machen auch verschiedene Aktionen im öffentlichen Raum, wo man einfach Geschichten zu Bildern sammelt, sprich wir fragen die Leute, zeigen mir ein Bild und fragen, welche Geschichte steckt in dem Bild, nehmen das auf und verarbeiten das dann wieder in Präsentationen, Ausstellungen und Verschiedenes. Wenn jetzt jemand sich interessieren würde für euren Verein, wie kommt er zu euch? Naja, das Einfachste ist natürlich über unsere Homepage, die ist sehr einfach zu finden unter www.ipsum.at und dort findet man natürlich in erster Linie einmal sehr, sehr viele Bilder, also die ganzen Bilder von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber natürlich dann auch sehr viel Information auch über uns und unsere Projekte, die wir gemacht haben. Und dort gibt es dann eben auch den Kontakt. Was würde denn an dieser Stelle gut für ein Lead passen? Naja, ein bisschen was Aufgeweckteres, und zwar von Karen Pallas, Panik. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Sendung, Der existierende Mensch mit dem Titel Blickwechsel, ganz eine spannende Sendung mit verschiedenen Blickwechseln auf das Leben von vielen unterschiedlichen Menschen, Kulturen, Hintergründen, ja, mit eigenen Anschauungen, Interpretationsmöglichkeiten. Also, spannend, so dieser Bilddialog, den Sie ja davor gehört haben, ja, das ladet ja direkt dann zum Mitmachen ein, gell, jetzt weiß ich nicht, weil ich ja gesagt habe, so diese Homepage von euch, wo man generelle Informationen kriegt, kann man da mitmachen auch, oder ist das eher so, dass man sich mit euren Projekten einfach mal, ja, dass man sich erkundigt, dass man sich auseinandersetzt, oder wenn es der eine oder die andere da ist und sagt, hey, interessiert mich dermaßen, da möchte ich dabei sein, gibt es sowas auch, oder? Ja, mitmachen kann man jederzeit bei uns. Einerseits machen wir gerne Schulworkshops, andererseits haben wir mobile Ausstellungen, die wir in verschiedene Orte bringen können. Da ist Material vorhanden und viele Bilder, die immer wieder neue Geschichten hervorbringen sollen. Und andererseits haben wir gerade jetzt ein Projekt, auch in der Vorbereitung, und zwar ein Projekt in Uganda, in Fort Bortel, da arbeitet man mit einem Tiroler Verein zusammen, mit Perspektive für Kinder und einer NGO in Uganda, nämlich JAWE, die JAWE Foundation. Und in dem Zusammenhang kann man mitmachen, indem man bei unserer Crowdfunding-Plattform einsteigt. Und zwar, das ist unter Start Next, Fuse in Transition, für wen das zu kompliziert ist, einfach auf www.y.at, V-I-T, also Fuse in Transition, da kommt man dann auch hin und da kann man dann eben auch mitmachen. Okay. Dieses Projekt, was sagst du in Uganda, um was geht es da nochmal genau? Ja, der Verein Perspektive für Kinder und die JAWE Foundation, die arbeiten schon seit einigen Jahren mit Schwerpunkt HIV-AIDS, also mit Jugendlichen und Erwachsenen, die den Virus in sich haben und damit leben müssen. Und ja, wir bringen uns in das Projekt ein, indem wir zusätzlich zu den psychologischen und medizinischen Methoden, die Perspektive für Kinder und JAWE bereitstellen für die Leute, wir bringen uns ein mit unseren fotografisch-visuellen Methoden. Also im Endeffekt ist das eine Kooperation zwischen den drei Organisationen, wo wir alle unsere Methoden zusammenschmeißen und daraus ein gemeinsames Projekt entwickeln, das den Menschen, die mit HIV leben, zugutekommen soll. Meine Damen und Herren, wenn Sie mehr Informationen zur Perspektive für Kinder einfach einmal sich holen wollen, dann gehen Sie bitte auch auf die Seite www.sinn-los.at. Da finden Sie dann bei der Rubrik Archiv und Sendungen die Sendung Nummer 2 und bei der Sendung Nummer 2 war bei mir zu Gast Elisabeth Fritz und Thomas Fuchs und da ist ganz zentral um die Perspektive für Kinder gegangen. Meine Damen und Herren, wenn Sie diese Sendung hören, dann eigentlich ist die Zukunft, weil wir nehmen das jetzt auf im Herbst 2015, Sie hören es Februar 2016 und jetzt würde mich natürlich interessieren, wo seid ihr denn jetzt? Das heißt im Februar. Ja, wir sind jetzt gerade in Fortportl, in Uganda und werden das Projekt dort durchführen und zwar in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen von JAWE. Das sind hauptsächlich Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen, die sich um Jugendliche und Erwachsene kümmern, die von HIV und AIDS betroffen sind. Was wir einbringen, ist unser Methodenrepertoire im Bereich fotografisch-visuelle Methoden und da geht es darum, dass die Gruppen, mit denen wir arbeiten, selber fotografieren, aus ihrem Alltag, ihre eigenen Bilder im Bilddialog, in den Gruppen austauschen, sich dadurch auch gegenseitig ermutigen, weil sie sich gegenseitig erinnern und erzählen, was sie für gemeinsame Herausforderungen im Leben haben, sich dadurch auch unterstützen können. Und insofern sind das also Selbsthilfegruppen, die mit ihren Geschichten dann in weiterer Folge auch in die Öffentlichkeit treten können und andere ansprechen können und ermutigen können, ihre Geschichten auch zu erzählen. Was bringt das im Endeffekt? Mehr Selbstbewusstsein, Vertrauen ins Leben, also auch wenn man HIV hat, kann man seitdem das Medikament verfügbar ist, auch leben und ein Leben planen und in die Zukunft schauen und miteinander diese Zukunft gestalten. Und andererseits geht es aber auch genau diese Sichtweisen auch, sofern die Teilnehmerinnen das wollen, das auch nach außen zu tragen. Das heißt dann auch eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Wie breit die Öffentlichkeit ist, das hängt natürlich sehr von den Teilnehmerinnen ab, wie die das wollen. Das kann dann eben auch durch Ausstellungen sein oder durch irgendwelche anderen Aktionen im öffentlichen Raum. Ja und in der Kombination, also unser Team von Ipsum und das JAWE-Team und das Team von Perspektive für Kinder, wir machen ein gemeinsames Trainingsprogramm, wo wir uns gegenseitig trainieren in unseren jeweiligen Methoden und dadurch kommt so eine neue Methodenbox raus, die dann auch weiterhin, auch wenn wir nicht mehr in Uganda sind, angewandt werden kann und in verschiedenen Kontexten erweitert werden kann auch wieder. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir eh am Ende der Sendung angekommen. Sie hören, meine Damen und Herren, wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde lang weiter über das Projekt reden. Vielleicht gibt es sich ja mal in Zukunft was, wo wir Rückschau halten können, wo wir schauen können, wie war denn dieses Projekt? Ja, so das mit dem, mit den Erwartungen, wo es jetzt rangeht, mit dem, was du geplant hast, ist das so gewesen? Ist es anders gewesen? Was für Blickwinkel haben sich ergeben? Also würde ich euch gerne irgendwann einmal in Zukunft dann wieder einladen. Ja, das wäre sicher sehr spannend, also zu erzählen, wie es dann wirklich war, vor allem was dann funktioniert, was dann nicht und vor allem welche Ergebnisse dann. Ja, vielleicht können wir dann auch Hörbilder mitbringen, wo wir Bilder im Radio hörbar machen. Schön, schön. Schauen wir mal. Gerne. Habst du am Ende noch, sei es eine Botschaft, sei es ein Satz oder wie immer, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wolltest? Na, ein Lied vielleicht. Mhm, gerne. Nehmen wir den totalen Sommerhit von 5,8 in den Jahren. Ja, das ist, glaube ich, sehr passend. Okay. Mitten im Winter. Mitten im Winter, genau. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen sinnvollen Abend und schalten Sie wieder ein, dann am ersten Donnerstag im März von 20 bis 21 Uhr. Das genaue Thema werden Sie dann auf der Homepage www.sinn-los.at slash sinn-los dann lesen können. Ja, möchtest du auch noch ein Viertes sagen? Ja. Wiedersehen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.